Sind Sie Unternehmer oder selbstständig? Was würde es für Sie bedeuten, wenn 25 bis 30 Prozent Ihres Umsatzes einfach so wegbrechen würden über Nacht? Zum Beispiel, weil ein wichtiger Kunde insolvent ist oder weil Sie nicht mehr die gewohnten Folgeaufträge bekommen. Hätten Sie dann ein wirksames System, um sofort dagegen zu steuern? Wenn nicht, ist der gute sprichwörtliche Rat dann sehr teuer. Wie wäre es, wenn Sie in so einem Fall auf ein Netzwerk an Zielgruppenkontakten zurückgreifen können, die Sie bereits kennen, die Sie auch sympathisch finden und die auch Ihre Expertise bereits schätzen? So ein gut gepflegtes Netzwerk wäre Gold wert und zwar nicht nur in dem Fall von 30 Prozent Umsatzeinbußen, oder? Doch wie bauen Sie sich so ein Netzwerk auf? Der leichteste und auch beste Weg ist LinkedIn. Unsere Kunden, die dieses System nutzen, und zwar mit Hilfe von LinkedIn, sich so ein Netzwerk aufzubauen, erzielen damit erstaunliche Ergebnisse. André Große zum Beispiel hat damit in neun Monaten Aufträge im Honorarwert von 320.000 Euro gewonnen. Der Unternehmensberater Dr. Heinz-Peter Kieser konnte seinen Umsatz innerhalb von sechs Monaten um 50 Prozent steigern. Wie das geht, zeige ich Ihnen gerne in dem kostenfreien LinkedIn-Guide. Sie können ihn jetzt gleich hier mit einem Klick auf diesen Button anfordern. Klicken Sie einfach auf diesen Button und tragen auf der nächsten Seite einfach Ihre E-Mail-Adresse ein, und ich sende Ihnen den LinkedIn-Guide dann sofort und zwar kostenfrei per E-Mail zu. Ich freue mich auf Sie.